Ich hab grad noch mal geguckt, nichts zu sehen. Schieß mich an, schieß mich an, schieß mich an. Scheiße, jetzt krieg ich 500 Prozent Punkte ab zu, ich schieß nie wieder auf dich. Ja, weißt du warum? Weil du zweimal schon schießt mit der Schrottwitte auf dich. Alter! Nein! Du hast komplett umgebracht. Wir sind irgendwie hinter der Mauer. Gewesen. Mist. Achtung. Ach, getötet von... Mist, das krieg ich... Ich hab mal zwei gesehen. Matthias. Da krieg ich 500 Punkte Abzug, Alter. Nicht gekämpft und sämtliche Medipacks... Und noch 500 Punkte Minus krieg ich, weil du mir an die Bombe gerant bist. Ey, komm doch mit mir, ich wollte mit. Tschüss. Tschüss. Haben wir nen Fettsack gekillt, das hat nicht gezählt. Oh, ey. Was? Was? Was ist denn... Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Ich wollte rüberrennen. Auf einmal war ich... Oh... Die ist Heilung. Ich hab schon... Hast du sie sehen? Ja? Ja, ich hab doch... Ich jetzt auch zu Gamma. Da müsste es an der Wand lang gehen. Nein, du bist so gut. Oh... 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 Was ist das? Schrot! Ich steh'n! Hä? Hä, wieso ist'n der umgefallen? Na, weil der andere auf ihn geschossen hat. Ach so, sein eigener Kumpel. Hat an ihm vorbeigeschossen. Na ja. Danke. Das hat sein eigener Kumpel umgenütet, das ist ja geil. Ja, das hat sein eigener Kumpel umgenütet. Hä, das ist heute... Weg, 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 weg! Das war heute Premiere. Da war doch schon immer da, von jeher! Ja, ich bin da noch nie reingesprungen, ich hab's noch nie gesehen. Ich bin in die Kirche immer von vornherein. Oh! Meine Güte! Stirbt der mal da, Idiot? Boah, ich muss aufs Klo, Jungs! Ist'n das die Möglichkeit? Dann geh doch erstmal. Was ist los? Ich muss aufs Klo und dann sitz' ich eine Stunde noch. Wieso sitz' ich eine Stunde noch? Dann sitz' ich eine Stunde! Der holt dann sein Laptop raus, sein Stühlchen, sein Tee macht er sich vor, bereitet sich vor. Scheiße! Oh, ich glaub, ich muss wirklich erstmal jetzt... Eine Stunde wird's nicht dauern, aber fünf Minuten bestimmt. Ja, dann versteck dich. Dann versteck ich mich hier irgendwie im Gebüsch. Auf jeden Fall tötet Zombies drumherum. Wollen wir dann warten oder angreifen? Na, wir gucken mal, wie die Lage ist. Wir können schon mal vorgehen, ich komme gleich wieder. Ja? Ja, mein Junge, das war höchste Eisenbahn. Als was was gegessen war, dass das so schnell auf einmal kam? Wahrscheinlich auch dünner irgendwie. Ja, da kannst du mal sehen, was da manchmal viel Müll drin ist oder so. Hab ich auch ab und zu mal. Ich hab ein Problem, seitdem ich die Geheimblase raus hab, dass ich dann auch kurzfristig gehen muss. Mhm. Also ich kann das nicht mehr so lange aufhalten wie früher, ne? Oh ne, verdammt. Aber ich weiß nicht, irgendwas hab ich da nicht vertragen. Das war jedenfalls... Wurde aber nicht ganz gut. Mhm. Ich will eigentlich wissen, was wir halt für'n Scheiß schon fressen. Das war jedenfalls schon die Vorstufe zum Kärchern. Ja. Ja. Ey, ich hör hier einen dicken, warum ist der nicht tot, Carsten? Ach, aus welchem Film ist das, wo sie sagt, ich bin so geil? Das war Full Metal Jacket. Ah, jo, super. Boah, aber du hast weiß, Matthias, ey. Voll der Früh, ey. Die Szene war cool, ne? Ich hab irgendwie gefühlt noch keinen Kill gemacht heute. doch. Hahaha. 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 Mensch, irgendwas würde ich sagen, ich hab ne Eigenschaft, Schlange heißt die Eigenschaft. Ja, das ist gut. Da siehst du irgendwelche Risse und auch nicht würdest du tun, Geld und so alles. Was? Schlange? Ne, ja. Ja, ja, ja. Damit kannst du dann die Risse und die Hinweise und die Bountys... Aber du siehst doch kein Geld. Wie sollst du von den Hunter das Geld sehen oder so? Quatsch. Schlange ist doch da, wo du aus der Entfernung die Bountys holen kannst. Ja, ja. Was kannst du? Wo das Bounty in die... Die Bounty und die Hinweise. Muss mal gucken. Die Hinweise verbreiten. So, guck mal, da vorn ist der Hinweis. Da gehst du mal jetzt ein bisschen ran. Ja. So, 25 Meter. Ja. Und dann kannst... Nein, das ist jetzt aber hinten. Und dann kannst du den Hinweis dann abholen. Welchen Hinweis denn? Oh, Carsten. Hey. Den Hinweis auf den Boss. Ja, bloß jetzt nicht doch auch so, wenn ich eh drücke. Oder nicht? Abholen! Du kannst den nehmen, ohne da ran zu sein. Der Kerl. Mann. Warte mal, den muss ich ausprobieren. Also manchmal denkt man, der macht das extra. Ich glaube, das macht er extra. Das kann doch nicht sein. Entschuldige, ich verstehe jetzt nicht. Warte mal, wo bist du jetzt? Er ist hier. So. Jetzt von hier aus. Na wieder, wie soll das gehen? Schattensicht. Mit Schattensicht auf das Symbol. Direkt. Direkt jetzt. Ach, jetzt? Ah, ja. Ah, ja. Na gut, das wusste ich nicht. Das muss auch neu sein. Ja. Es ist neu. Also du sagst ja selber, du bist begriffsstutzig, ne? Na, bestimmt. Ich wusste jetzt aber nicht. Ja, also. Zeit mir verziehen. Guck mal, ich bin ja doppelt so alt wie du, Pascal. Das hast du nicht vergessen. Aber bloß sieben Jahre älter als ich. Ja, das stimmt. Ja. 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 Ja, natürlich. Ich hab aber auch einen Kopfschuss gekriegt. Aber da kann man sich nicht mehr heilen. Ja. 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 Du bringst ihn um. Ne, ne. Der bringt mich nicht um. Nein, du. Jungs! Jetzt kommt die Spittergranate. Angst. Ey. Ich sieg sie. Alter. Nein. Ey, ich dachte, die brauchen fünf Sekunden, ey. Ich sehe, einer an der weißen Hütte ist dran. Ja. Ob das der eine ist? Oder ob die zu zweit sind? Es sind zwei. Verdammter Mist. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Er hat nicht nur Windfield, aber halt in der Schädel geschossen. Du regelst das schon. Ne. Die pushen dich. Ist die leer? Oh. Ist leer. Du sagst es. Scheiße. Da war die Knache leer. Alter. Nein.